Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Erstmal, ich habe im letzten Video, wenn ihr es nicht gesehen habt, da eine Infocard, mal zusammengezählt, wie viele Yasuos ihr und wir zusammen getötet haben. Und ihr macht mich stolz, Freunde, ja. Es waren 23.187 Yasuos, die leiden mussten, ja. Und das mag ich, ja. Außerdem habe ich ab heute Urlaub und ich werde ein paar Tage wegfahren, Mini-Urlaub machen, so. Und ich hatte leider keine Zeit, Videos vorzuproduzieren, was damit zusammenhing, dass ich die letzten Tage arbeiten musste. Und immer, weil mein Kollege Berufsschule hat, dann muss ich mit dem scheiß Zug nach Hamburg fahren und ich bin fucking vier Stunden nur mit Zugfahren beschäftigt. Das ist fucking Bullshit. Darum also, wie gesagt, leider keine Zeit gehabt, um was vorzuproduzieren. So ein Video kriegt ihr vielleicht noch und dann geht's wohl erst nach Weihnachten weiter. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Außerdem habe ich jetzt auch Overwatch, habe ich mir, habe ich mir schenken lassen vom Kollegen. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch schon Diamond, ne, Farrahmane und so. Jetzt kommen die ganzen Pros so, äh, Farrahmane voll schlecht. Und ich habe so noch überhaupt keine Ahnung von Overwatch. Immerhin spiele ich nicht Torbjörn, ne? Naja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr gerne mal Overwatch-Videos sehen würdet, könnt ihr das gerne in die Videobeschreibung schreiben. Ach ne, ich schreibe ja Videos in die Videobeschreibung. Ihr postet das in die Kommentare. Ja, und das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Ich melde mich so in der Woche wieder. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.